ja wasserkraft lohnt sich das überhaupt ich hatte nach dem ersten video also nachdem hier mini pump speicherwerk das war ja eigentlich nur eine aufgabe das wasser hoch zu transportieren von hier nach hier habe ich mir gesagt mensch ja noch so viele alte wassertürme rumstehen die sind um die 20 meter hoch also das könnte doch klappen dann habe ich mal schnell bei wikipedia nachgeguckt und einige beispiele ausgesucht und beispiel hamburg der schanzenturm 1910 gebaut in den 60er jahren dann stillgelegt hat keinen sinn gehabt war zu teuer da gibt es verschiedene angaben je nachdem wo man guckt entweder 2300 kubikmeter sind hier oben in diesem behälter drin oder 4600 ich habe mal das bessere genommen 4600 kubikmeter und bei 17 meter höhenunterschied habe ich 20 meter höhenunterschied angenommen weil der turm ist 17 meter hoch also das wasser liegt 17 meter über dem fuß des turmes und da habe ich mir gesagt naja okay die 17 meter noch ein stück runter in die stadt nehmen wir 20 meter rechnet sich leichter die übliche formel w sm mal g mal h beziehungsweise die potenzielle energie da drin steckt die man dann kinetische umwandeln kann in elektrische alles immer so tun als wenn der wirkungsgrad eins ist dann immer g mal h okay trallala eingesetzt noch mal so wie in diesem beispiel hier ausrechnen wie es dann gezeigt habe hier kommt so trallala eingesetzt und so weiter und so fort so jetzt gucken wir mal ja dann gäbe das für diese riesenmenge wasser leute das sind 4600 kubikmeter das sind 4600 tonnen wasser die ergeben 128 kilowattstunden jetzt sagen wir mal ganz einfach ein haushalt verbraucht drei kilowattstunden so drei kilowattstunden hat nur 40 haushalte für eine stunde naja also lohnt sich das wirklich also diese idee lohnt sich scheinbar nicht der glaube ich weltweit größte wasserturm steht in helsinki mit 12600 kubikmetern das wird heute gar nicht mehr alles so genutzt weil man ja die potenzielle energie um den druck aufrecht zu erhalten für das wassernetz gar nicht mehr so braucht man kann es durch andere technische einrichtungen lösen möchte jetzt nicht darauf eingehen südafrika hat ein vogel abgeschossen die haben einen kegel auf die spitze sozusagen gestellt mit 40 meter höhe und haben 6500 kubikmeter wasser reingekriegt mehr nicht fragt man sich da das ist ja auch nicht viel besser als der 25 meter um durchmesser ungefähr wasserturm so also bringt nichts machen was anders warum haben sie das ding nicht gleich als zylinder genommen denn kegel hat ja nur ein drittel des volumens naja gut da war aber wieder ein star architekt am werk ich habe mich dann gefragt wie versteckt denn energie in wasser und in der höhe also in wasser und höhe ich habe also gesagt wasser die dichte ist bekannt und g die erdbeschleunigung auch und ich möchte mal ein kilowattstunde haben und welche höhe welche höhe oder beziehungsweise welche masse brauche ich dafür geht wieder ganz leicht es immer g mal h durch g ist e durch g ist m mal h also entweder ich habe viel höhe oder viel masse oder ein ausgewogenes verhältnis die rechnung ist eigentlich einfach wenn man schick hinschreibt ich habe es noch mal ganz kurz gezeigt und zwar ich setze dieses einen kilowattstunden ein was ich nur erst mal annehmen teile durch g also durch 9,81 meter pro quadratsekunde durch durches mal deswegen kommen die quadratsekunden hoch ich habe immer noch kilo und watt und stunde also kilo wandle ich in 1000 um wattstunden auch nicht schön aber achtung was ist eine wattstunde naja das sind 3600 sekunden ich muss die 1000 watt mal 3600 sekunden nehmen und ich kann dann auch sagen okay ich schreibe ansonsten den rest immer bloß ab eine wattsekunde ist ein newtonmeter und newtonmeter ist dann kilogramm und meter pro quadratsekunde und wenn ich das dann alles einsetze ihr könnt ihr das video anhalten mal überprüfen ich habe dann gekürzt nach dem substituierende einheiten und als alles substituiert war hat sich ausgekürzt das zum schluss kilogramm und meter übrig bleibt und jetzt kommt aber das schlimme ich habe dann tatsächlich mal mit dem taschenrechner nachgerechnet aber machen was rund es sind 367 tonnen wenn ich die einen meter hoch hebe 367 tonnen wasser ich kann auch 367 tonnen steine hochheben die haben die gleiche energie aber 367 tonnen wasser ist bequemer weil ich das wasser ja fließen lassen kann mit ein meter höhe dann habe ich eine kilowattstunde ja gut ok ok machen wir es ein bisschen anders ich sage ich nehme nur 36,7 tonnen mal zehn meter oder das doppelte und dann nur halb so hoch mal fünf meter aber lohnt sich das so viel kann man das als klein anwender oder lohnt sich schon wasserturm wie oben schon gezeigt aber wann lohnt sich's wenn die höhe schön ist dann brauche ich bloß 3,6 7 tonnen wohlgemerkt bei wirkungsgrad 1 so und wenn ich nur 3,6 7 tonnen wasser brauche und einen riesen see habe mit millionen tonnen durchaus und 100 meter höhen unterschied ja dann lohnt sich's also ein bauwerk zu bauen extra dafür dass es albern das bringt nichts beziehungsweise ein vorhandenes bauwerk bringt leider auch nicht so viel das ist fast gar nichts obwohl so viel wasser drin ist na gut ich hoffe ich habe jetzt die ganze sache das geklärt und entzaubert das bis dahin rechenbeispiel einfach mal selber rechnen macht auch schlau man muss den weg der erkenntnis noch mal selber gehen also ihr könnt beispielsweise diese ergebnisse abschreiben dann zettel und stift nehmen selber rechnen und wenn ihr dann sagt hinterher hat der köhler falsch oder richtig gerechnet hat er oh ich habe das gleiche na denn dann hat man viel gelernt dabei das richtet sich jetzt vor allem an die schüler aber das ist eigentlich jetzt nicht das wichtigste das wichtigste ist wasserkraft lohnt sich aber dann brauche ich große mengen und schön viel höhe und das alles in der natur damit ich nicht bauen muss dann ist wasserkraft eine tolle sache gut ich wünsche euch was schönes denkt danach oder lasst es oder kommentiert es aber ich will keine schlaumeier kommentare mehr davon habe ich schon die nase voll letztens schrieb doch tatsächlich so ein trottel solche rechnung kann ja bloß ein grüner aufmachen ich habe den kerl gesperrt weil beschimpfen lasse ich mich nicht hätte er gesagt ein idiot ja gut hätte ich gesagt kannst nichts dafür aber mich als grün zu bezeichnen ist schon wirklich ein starkes stück na dann alle guten wünsche leute und denkt dran macht was macht insgesamt was damit die leute schlauer werden damit der idioten damit der idioten kaum aufhört also macht's gut macht was aber macht's gut